Unseren neuen Kurkrieg, der man es hoffen kriegt, genauso wie dieser König, der hat sich vor seinen Kurkängern, der von König Silber, dessen Ursprünge in das letzte Jahrtausend zurückreicht, der aufreicht, ist mein Spruch. Wir haben noch einen von den Jungen, das ist der Kurkönig, wir wollen nochmal Kurkönig, die erstmal hochleben lassen, der Thomas, er lebe, hoch, er lebe, hoch, er lebe, hoch, dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Rütter des linken Flügels ist eigentlich Lukau Kaptowski, der ist aber schon gerne Barrio, der Junge muss sich noch etwas dabei verdienen. Den Vertreter nimmt er unser König der jungen Schützen Maxi Fink. Und mit der schönsten Farben, Rütter des Schweifels, wie es ja ordentlich heißt, ansonsten würde man ja Schwanzbitter sagen, unser Ex-Fajester Ari. Dann haben wir ja noch, Maxi muss verstehen, weil er auf mich kommt noch dazu, noch unseren König der jungen Scheibenschützen, ebenfalls aus dem Scheibenschütze-Zuch Bivukawa Boschde und ebenfalls Luca Kaptowski, auch in der Einzelwertung, sich als König der jungen Scheibenschützen. So, ich glaube, jetzt haben wir noch einen Vorstand, Rügel, von Rügel und Fendorin Siegern. Der Mannschaft, Rügel, von 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 Rü Vielen Dank.